Sehr schön, hauen wir die Sau weg hier ganz fix. Aua, Aua. Fuck, jetzt hat er mir irgendeinen Buff gegeben, den Negativen. Nichts gut. Aua, einmal noch. Die kämpfen echt gut hier. Okay. Okay. So, jetzt sind wir wieder hier. Alter. Alter. Weg von ihm. Ach, scheiße, falscher Knopf wieder. Ich weiß auch nicht, warum wir gehen. Alter, wie kriege ich denn den Statuseffekt da weg? Ich weiß nicht mal, was das ist. Alter, natürlich fliege ich genau da rein wieder. Fuck. Mein Gott, sorry. Hat Vegeta nicht sogar irgendwas in der Richtung gesagt? Jetzt helft endlich oder ich töte euch oder so? War das nicht so? Weg von ihm. Geben. Alter. Komm, ich will den mit einem Special angriff töten. Yes. Wer weiß, vielleicht ist das irgendeine Bedingung für einen besseren Rang oder so. Kann mir mal sein. Das ist es. Gut. Keep concentrating on your training. 10.000 bekommen. Respekt. Respekt an mich selbst. Was? Es ist hier. Woah. Geh weg! 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 Ein bisschen mehr Zeit! Es ist bereit! Danke! Es ist vorbei. Es hat sich lange genug gemacht. Du hast wirklich gemacht? Menschen von der Erde! Majin Bu! hat gerade sterben! Oh, Papa! Ergule! 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 Ergule Demi-Grasse Ich bin ein Sorcerer. Ich bin 75 Millionen Jahre alt. Er nennt sich der Demon God, und versucht, Toki-Toki wegzunehmen und die Neste der Zeit zu holen. Um zu entwickeln einen Welt, in dem er kann seine Geschichte regeln. Ein Mann wie ihm, Kontrolle und Zeit? Das ist schrecklich. Was hast du gemacht? Ich habe ihn im Tränen in der Zeit. Aber es scheint, seitdem er hat er seine Zeit gebeten. Er hat seine Kraft. Sein Kraft? Für 75 Millionen Jahre? Hey! Du denkst gerade über meine Zeit, nicht wahr? Dass ich mehr als 75 Millionen Jahre alt bin? Huh? Nein, ich... Was ist es, wie alt ich bin, eigentlich? Ich meine, Leute präsen mich immer für mich zu sehen, wie ich eigentlich bin. Um... Of course. So... ... was sollen wir tun? ... 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 Ihr nächster Schritt sollte sein? Er ist zu gefährlich. Wir können ihn nicht rauslassen. Wir müssen ihn nicht verletzen. Wir müssen ihn nicht verletzen. Und ihn nicht wegzunehmen. Es geht zu uns. Wir können ihn nicht verletzen. Wir können ihn nicht verletzen. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Ein bisschen mehr. Boah, ähm. Goldtruf ja schon. Ja. Damit hätten wir dann wohl auch die Buh-Sage beendet, oder? Nicht. Klar. Bisher war es ja immer so, dass wir dann eine Trophäe bekommen. Es geht auf jeden Fall noch weiter. Natürlich. Aber ich, äh. Will jetzt erstmal kurz... ...es aufladen. Äh, aufleveln. Oh. Oh, was nehme ich denn? Hm. Oh, so. Okay. Und auf jeden Fall mal kurz gucken, ob's jetzt endlich neue Klamotten gibt. Die auch geil sind. Wär ja natürlich super. Wenn's beides ist. Wenn's beides ist, dass es gut aussieht und auch... ...was hilft. Ja? Also bei den Sachen hier ist es eher, dass es was hilft, als dass es super gut aussieht. ... 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